hallo alle zusammen ich kaufe öfters gitarren bei ebay kleinanzeigen um die mal auszuprobieren und man das öfters macht da muss man günstig kaufen weil man kann nicht teuer kaufen und sie dann hinterher wieder verkaufen mit ordentlichem verlust also versuche ich die günstig zu bekommen damit ich die ohne verluste weiterverkaufen kann und ab und zu werde ich gefragt wie machst du das denn und das will ich euch heute mal zeigen wie ich das mache meine persönliche meine persönlichen auswahlkriterien wobei ich dann sagen muss alle die gleichgezeigten beispiele egal was ich das sage das können alle seriöse anbieter sein das weiß man nicht aber wie gesagt ich habe ein paar ausschlusskriterien und die will ich euch einfach mal zeigen und bis jetzt bin ich damit auch ganz gut gefahren als erstes beispiel habe ich hier mal eine fänder stratt aus den 70er jahren hier steht schon dass der hals von einem anderen fänder sein muss und dann schauen wir uns das mal an wenn wir dann uns den hals genauern sehen oben das trassrott die öffnung sieht eigentlich nicht nach fänder aus aber da kann man sich irren das ist durchaus möglich 70er jahre ist eine sache ein bisschen bedenken hätte ich da jetzt doch schon aber jetzt einfach mal weiter gucken auch das ist alles sonst soweit durchaus stimmig der body hat einen mitgekriegt ok 70er jahre nichts was wirklich schlimmes der hals wurde getauscht was der 70er jahre natürlich müsste eigentlich um am trassrott sondern das bullet ding da raus gucken haben das hatten sie viel und diese neck plate mit drei schraubbefestigung das auch alles passend zu 70er jahren was mich hier ein bisschen stört ist dass auf der rückseite ein fleck ist genau an der stelle wo eigentlich square seine ja gut seinen stempel drauf drückt und hier ist anscheinend auch was entfernt worden das also stärkt nicht das vertrauen mein vertrauen darin dass dies ein wirklicher fender hals ist nun mal drauf gut ist auf der neck plate und das ist jetzt natürlich so eine sache wenn sich das hier anguckt also zwei sachen links oben das könnte square heißen aber was man direkt sieht ist ursprünglich war dieser hals für eine vierloch befestigung nicht für eine dreiloch befestigung dieser hals hat also eigentlich mit der original fender 70er nichts zu tun egal wo er herkommt es ist ich meine schon verbastelt dabei das stimmt schon aber wenn man sich dann glaube ich gleich noch mal auf das pickguard geht dann kann man da doch sehen dass das alles also das ist das hat wenn dann nicht verbaut keine kleinen pots nicht diesen komischen schalter und vor allem nicht diese wirklich billigen pickups also das kann sein dass der body aus der 70er ist aber ich würde dieses teil nicht kaufen das ist zumindest sein preis denke ich mal nicht wert und dem anbieter jetzt auf die füße treten zu wollen wie gesagt der body sieht so aus wenn jemand von body 1400 euro aus den 70er ausgeben will kann er das machen aber die gitarre selbst ist irgendwie doch arg verbastelt um es mal freundlich auszudrücken kommen direkt zum nächsten beispiel hier steht fender amerikan standard in der beschreibung steht dann auch direkt dass der body halt von amerikan standard ist und der hals von einer med in mexico kann sein dass der preis für diese gitarre gerechtfertigt ist aber wenn man sowas verkauft dann ist das halt was am hals steht ist in mexico und jemand kurz auf den anbieter das ist durchaus okay gute bewertung also die kann man kaufen ich würde es jetzt nicht kaufen weil ich finde sie nicht extrem günstig wenn es amerikanisch wäre okay aber es ist halt ein eine mischung aus amerika und mexico und dann ist das also zumindest für mich nicht mehr interessant weil wenn ich die ausprobieren also reizt mich auch nicht so hundertprozentig aber wenn ich die ausprobieren wollte und dann wieder verkaufen und wird ihnen das sagen mit mexico und xv besitzern für mich ist diese gitarre leider nichts aber für euch vielleicht wenn euch das interessiert kommen wir direkt zur nächsten auch da sage ich die würde ich nicht nehmen und ohne dem anbieter jetzt unrecht tun zu wollen aber hier gibt es ein paar sachen die auf fake hindeuten oder fake anzeige also der preis ist eigentlich schon ein bisschen zu hoch für eine fake anzeige der wäre normal um die 500 hat er bietet abholung an also dann wenn ich der nähe wohnen würde abholen klar sofort ist ein guter preis schicken lassen würde ich es mir nicht und zwar folgender grund was man hier sieht anbieter seit 17 keine anzeigen es ist die erste und dies verdächtig günstig und das hat man viel bei diesen fake anbietern dass wenn man da rein guckt die seit 14 registriert sind oder 15 also schon jahrelang aber plötzlich nur eine anzeige zu einem besonders guten preis haben und das finde ich dann einfach ich bin gesagt ich finde es verdächtig aber wenn ich in der nähe wohnen würde würde ich anrufen vorbeifahren abholen kann auch ein netter kehrt kommen wir zum nächsten kandidaten eine vendor player telecaster die telecaster werden einfach hoch im preis gehandelt 350 ist echt günstig 2018 wie man hier sieht schreibt auch dass da halt ein bisschen was am headstock dran ist vielleicht deswegen der günstige preis ersten neue anbieter deswegen hat er keinerlei bewertungen gut das kann gut sein bietet ein paar reifen an ich biete diesen jenes an gesagt aber null bewertungen ist für mich persönlich schwierig wenn ich etwas über versand mache deswegen schaue ich mir noch mal hier die gitarre im einzelnen an sucht die beschädigung da haben wir so oben soweit ist das alles korrekt also ich sag mal der text hat auch eine nummer gegeben hier seriennummer also der text ist okay aber ich würde sie abholen ich würde es mir nicht schicken lassen jetzt kommen wir zu meinem lieblingsstück das ich eigentlich gerne hätte und zwar ist das eine fender roland stratocaster wird in den usa hergestellt der preis ist tut mir leid dass ich das sagen muss aber verdächtig günstig diese gitarre wird normalerweise um die tausend euro gehandelt wenn man hier sieht okay seit 18 ist er da und hat schon 24 anzeigen gehabt allerdings keine bewertung und dann können natürlich 24 anzeigen auch geschaltet sein jetzt schon die aber auf pausieren sind also dass das weiß ich nicht als ein preis der verdächtig niedrig ist keine bewertungen das ist einfach so eine sache da weiß ich nicht so recht also die gitarre an sich finde ich wahnsinnig interessant selbst mit diesem gefriemelten stecker oder vielleicht auch gut verlegt ist ja auch egal sehr interessantes teil und wenn ich in der nähe wohnen würde was ich nicht tue wenn ich in der nähe wohnen würde würde mir bargeld einpacken und losfahren und ich glaube da hätte der vb stehen ich würde auch nicht groß mit dem handeln was soll das 560 ist ein wahnsinnig toller preis also dann würde ich die nehmen aber schicken lassen weiß ich nicht dass ich habe kein gutes gefühl bei dieser anzeige also abholen ja schicken lassen wieder mal nein dann kommt zur nächsten auch wie ich finde ein preisbrecher ist es unüblich dass eine fender unter hell der hälfte des neuwertes gehandelt wird das ist einfach so wir haben hier eine anzeige die vom text der alles in ordnung sehr seriös was dort steht gesagt der preis ist sehr günstig gesagt als auch bayern ist weit weg müsste ich mir schicken lassen ich schaue mal genau was da steht anbieter seit 2014 sonst nichts die erste und dass das ist ein profil was ich was kein vertrauen erweckt sorry für den anbieter aber das ist halt mal einfach so dass da viele fähig konnten genauso sind da hilft ja auch nichts wenn ich die bilder sehe die können ja auch irgendwo runter geholt sein aber welche neben bargeld hinfahren hat er die ausprobieren abholen bombenpreis da kommen wir zu einer anzeige wie ich also wenn ich die jetzt haben wollte nehmen würde und zwar haben wir hier für 450 euro wird eine sagen okay das ist eine mexikostandard aber ist halt ein special run eine eine ziemlich gute beschreibung sagt auch daran der preis mache ich nichts mehr der preis könnte ein bisschen weniger aber der preis ist es ist nicht schlecht und das ist eine seltene gitarre und wir sehen der gute mann ist seit zehn jahren aktiv top bewertet sechs follower viele anzeigen online gehabt bilderstimmen mit der beschreibung überein also ich finde die sache vertrauenswürdig für mich persönlich ich würde wenn ich die wollte diese gitarre kaufen und mir auch zu schicken lassen was nicht heißt dass man immer rein fallen kann aber bis jetzt hat es bei mir noch ganz gut funktioniert noch nie eine richtige gurke gekriegt oder gar nichts gekriegt also so mache ich das wenn ihr es anders macht schreibt sie in kommentare ihr könnt auch liken und abonnieren bis dann tschüss